Mist, ich hab drüber geschossen. So, ich versuche mal irgendwer zu finden und das könnte da hinten sein, dort wo der neue Begleiter auf uns wartet. Es gibt eine Geschichte theoretisch zu der Begleiter, die hat sich der Mod-Autor dann ausgedacht. Allerdings habe ich die nicht durchgelesen, nur dass es in der Nord ist und ich kann es auch nicht vorlesen, weil mein rechter Bildschirm ich deaktivieren muss. Da oben geht etwas und das sieht aus wie ein Skelett. Deaktivieren rechten Bildschirm, du musst vorlesen den Text, du nicht kannst. Ja, ich speichere mal lieber ab, ich habe ja so ein bisschen... Himmelstemperien entdeckt, ja das ist zumindest nicht das was ich will. Ja, ich weiß die Waffensysteme sind ziemlich laut, guck ich hab nen Bug, hört ihr? Pfff, 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 pff, pfff, pff, pfff, 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 pffu. Pfff... 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 Das muss hier alles... Es muss hier alles... Es muss hier alles furchtbar laut sein. Okay. Haha, ich sehe wieder einen Bug. Jetzt ist er weg. Nimm doch das Gift mit. Nein! Das ist eine Holztür. Es ist noch nicht mal eine Gebietskarte. Boah, war es einfach aufzuschließen. Schloss knacken. Wow. Oh, er hält aus. Illusionen verbessert. Hohoho. Hohoho. Nett. So, äh, dieser Trauge war ziemlich hart und, äh, alle finden's toll. Und die Welt bejaht das. Jetzt leuchtet er auch nicht mehr. Oh, ich fand das Update schön, äh, scheiße. Ich hätte das nie updaten dürfen. Die haben glaube ich noch gar keinen richtigen Effekt. Aber ich denke mal später sind's Effekten, gibt's wahrscheinlich eine Errungenschaft oder so dafür. Möchtet ihr mal einen Knochen haben? Hier. So, ich suche einen Ort namens Inkwild. Der soll in Wind-Dev irgendwas sein. Schneeschleier-Zuflucht. Snow, irgendwas. Das ist Silberstromhülle, Saartal. Frosthauch-Krypta-Oustengraf. Vollgun-Tour. Staubmanns-Grab. Ued-Sturz-Hügel-Grab. Ruina am Straßenrand. Gehen wir ins Halle. Ich weiß gar nicht wo das ist. Ich geh mal. Ich, ich google mal. Das ist nicht, ne? Für Frosthauch-Krypta, ne? Aber ich will mit der Winterfeste weitermachen. Primär. Aber ich will vorher den Begleiter haben. So. Wo liegt Inkwild? Okay. Downstar. Dann ist das hier. Das ist der Weitag. Machen wir einen Quick. Quick Reise nach Dämmerstern. Ausnahmsweise. Ich weiß es ist verboten sowas zu nutzen. Ein bisschen mehr Licht hat auch niemand geschadet. Es ist so dunkel, du siehst ja nichts. Äh. Nö, nö, nö. Lass das. Ich muss aufhören mich anzusprechen. Nein, es folgt mir. Äh. Höf zu stoppen. Ich wollte eigentlich wolkenholose, wolkenlose Himmel nehmen und nicht Fuß runter in den Himmel. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören, bevor ich mich wirklich zu verankert habe. Ah, bei Sonnlicht zu laufen ist doch besser. Was ist denn da hinten los? Gut gemacht. Wir können irgendwelche schon auf unserer Karte sehen. Hey, zwei nebeneinander, cool. Ah ja, wir müssen jetzt irgendwie da runter. Das ist jedenfalls das Hügelkrab, was ich meinte und wo ich hin will. Oh, kurz Rücken kratzen. Irgendwas juckt da hinten. Au. Oh, das ist ein bisschen happig mit dem Schaden, oder? Es gibt auch keine Luftanzeige oder so, ne? Wobei das unter Wasser aber auch ziemlich geil ist. Schöne Leute. Ich meine, weirklich schöne, nicht die ha-ha-kinde. Ho. Bilder, die einfach awesome sind, weil sie awesome sind. Ich suche jetzt den Regul... Da ist irgendwas runtergefallen. Den regulären Aufstieg. Und ich glaube, der war da gerade. Hey, ein Mundusstein. Oh, mein Gott. So, die Ruine. Oder eine der Ruin. Hey, Verzauberung verbesserst, gut, kann ich gebrauchen. Hey, seht mal, eine Höhle entdeckt. Okay, das passt für den Begleiter, dass der hier drin ist. Oder die. Ja, gefunden. Das ist sie. Naja, kannst du auch von... Ja, das ist sie. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Das haben wir gleich erledigt. Weil wir haben nämlich jetzt zwei Nachkämpfer Paul, nicht? Hier trennen sich unsere Wege. Zu Hause meint sie, glaube ich, Briesenheim. Ja? Vergeuden wir keine Zeit. Ja, sieht doch recht gut, gut gemacht, ne? Also vom... Qualitativ sieht die doch recht gut aus. Äh, die ist ein bisschen ernst. Ähm, tauschen. Was braucht ihr? Nach euch. Und die heißt, äh, genauso wie es hier steht, DIN. So. Alarm, Stufe Road. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ich stecke fest. Hey, Sophia kann... Äh, Sophia... Äh, DIN kann Eisgeister beschweren. Das finde ich cool. Oh, das sieht fast nach einem Level-Up aus. Aber nur fast. Das hat nämlich direkt aufgehört zu leveln. Feuer? Feuer. Hallo, Feuer. 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 Blitz, dann Feuer. Blitz, 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 blitz. Und er ging daneben. Nein! Das ist so ein Knall. Ich werde euch vernichten. Ich habe einen Geist vernichtet. Der Geist hatte keine Chance gegen mein Schwert. Ein Trauger. Noch ein Trauger. Oh, die haben Geld dabei. Ein Inkwildgeist. Es gibt tatsächlich viele solche Begleiter, die man, oder Standalone-Begleiter, die man sich mitnehmen kann. Die haben einfach nur die Stimmen von den Standard-NPCs haben. Boah, Alter, hast du mich erschrocken. Da gibt es erstmal... Fuß! Leiter machen mehr Schaden als ich. ... eine nonprofits-S fort into dennoch sleeper. Da fällt mir ein, ich habe ja ein neues Zeug gekriegt, warum schaue ich es mir nicht an. So, mein Dwemerbogen des Frosts mit 18 plus 10 Punkte Frostschaden. 22 und nichts, aber naja. Wurkangdassbogen ist immer besser, so ein bisschen später bis wir C4 haben, was ein Zwergebogen ist, allerdings mit dem Schussbonus. Tagebuch von Arundina, ha? Hm. Zombies. Irgendwas über Zombies an Rolle des Geistes. Aber jetzt gehört ihr mir. Ja, kann ich mir nicht so gut machen. Ja, das war's. Boah. So. Äh, ja. Mal leben. Leben. Oh nein, ich habe Zeitpunkte schon. Warum sagt mir jemand was? Wie ist denn das eigentlich möglich? Hm. Doppelte Zerstörungszauber. Eigentlich nicht verkehrt. Hm. Hm. Können wir ein Einhähnig mehr verbessern. Können wir ein Einhähnig mehr verbessern. Können wir ein Einhähnig mehr verbessern. Was habe ich denn bei Zerstörungen? Novize Ich könnte den Blitzschaden noch ein bisschen besser machen, dass der mehr Schaden macht Dann würde das nicht verkehrt sein Auf der Herstellung Einschlag, die meisten sind schon an den Gegner zurück, wenn sie doppelt gewirkt werden Ich mache mal das hier Um zu sehen, was passiert So, den anderen mache ich mal auf Einhändig, damit der einhändige Schaden besser wird Oh, guck mal Kamiamiya Wo ist denn der? Okay, was kämpft ihr eigentlich? Er ist in einer Fallanimation stecken geblieben Cool Der war in einer Fallanimation und konnte nicht mehr weg Ah, cool Also es gibt tatsächlich Kann ich nicht nehmen Es gibt tatsächlich eine eigene Animation dafür Hmm Welcome